Danke, thank you, merci, grazie, arigato, gracias. Wenn ich 500 Abonnenten auf meinem Kanal habe, dann gibt es das erste klitzekleine Giveaway. Ja, und was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft. Wir haben die 500er Marke überschritten und das tatsächlich noch vor Ende der Woche. Obwohl ich ja gesagt habe, wenn das bis Ende der Woche klappt, wäre das schon super, super, mega gut. Ja, vor zwei Wochen hatte ich wirklich noch 300. Also es geht wirklich, ihr seid Hammer. Und dafür gibt es natürlich eine Belohnung. Es gibt was zu gewinnen nach dem Intro. Ja, wir haben es wirklich geschafft. Ich bin total geflasht. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie abgefahren ich das finde, dass wir jetzt die 500 bereits überschritten haben. Und ja, wie versprochen, ich löse meine Versprechen ein. Es gibt ein Giveaway, es gibt einen kleinen Preis. Und ja, zunächst einmal möchte ich dem Sponsor dieses Videos danken. Das ist nein, nicht Squarespace. Und ich habe auch keinen Sponsor des Videos. Natürlich soweit bin ich noch lange nicht. Aber es gibt einen Sponsor des Preises. Und das ist der Marco Gressler. Marco Gressler ist Fotograf aus der Schweiz. Und der bringt das Progress-Magazin raus. Das Progress-Magazin ist ein sehr, sehr hochwertiges, werbefreies Fotomagazin zum Thema Schwarz-Weiß-Porträtfotografie. Und dazu gibt es jetzt ganz aktuell ein Special. Ein dickes Teil, wie man sehen kann. 160 Seiten, super tolle Sachen über Porträtfotografie. Also super tolle Porträts. Und mit nicht wenig Stolz berichte ich, dass auch Bilder von mir da drin enthalten sind. Die sind letztes Jahr bei einem gemeinsamen Shooting mit dem Marco in Frankfurt entstanden. Und das ist euer Preis. Dieses Magazin, das normalerweise 35 Euro kostet, das verschenke ich. Danke Marco für dein Sponsoring. Ja, und wir verschenken davon nicht nur eins, nicht zwei. Nein, wir verschenken drei Progress-Sonderausgaben. Und was ihr dafür tun müsst, relativ einfach. Ihr müsst euch einfach nur anmelden. Ihr müsst einfach nur beim Gewinnspiel teilnehmen unter dieser URL. Die verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung. Ja, da müsst ihr euch einfach eintragen. Die Gewinnspielregeln durchlesen, akzeptieren und dabei sein. Ihr müsst hier nichts liken. Ihr müsst kein Kommentar abgeben. Ihr müsst auch nicht abonnent sein oder abonnieren, um teilzunehmen. Es gibt keine Voraussetzung, außer dass ihr das Formular abschickt. Natürlich bin ich froh, wenn ihr liked und teilt und subscribt und kommentiert. Aber es ist keine Voraussetzung, ganz klar. Ja, und in einer Woche werden dann auch die Gewinner der Progress-Sonderausgabe gezogen, per Zufallsgenerator. Und wenn ihr gewonnen habt, dann bekommt ihr von mir eine entsprechende E-Mail. Und dann geht alles seinen Weg. Das machen wir dann intern unter uns aus, sozusagen. Wenn ihr möchtet, dann posaune ich eure Namen auch im nächsten Video als Gewinner raus. Wenn ihr das nicht möchtet, mache ich das selbstverständlich nicht. Das steht völlig außer Frage. Das habt ihr in eigenen Händen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, schaut natürlich mal auf die Website von Marco. Die ist auch unten verlinkt. Da findet ihr bestimmt ein paar interessante Sachen. Dann noch in eigener Sache. Und zwar nächsten Montag, der 15. April ab 20 Uhr. Livestream beim Thomas Meurer auf dem Kanal. Mit natürlich dem Thomas Meurer und mir. Ja, ich halte schon wieder mal mein Gesicht in die Kamera und beantworte die Fragen von Thomas rund um die Themen Fotografie, speziell Canon und M50 und was so alles noch aufkommt. Und natürlich auch eure Fragen, wenn ihr dabei seid und dabei mitmacht. Beziehungsweise in dem Live-Chat, das es ja bei solchen Livestreams immer gibt, könnt ihr eure Fragen stellen. Ich werde alles beantworten, was nicht sittenwidrig ist. Okay? Also, beim Gewinnspiel mitmachen, wenn ihr die Progress-Sonderausgabe... Ey, was ein fettes Teil! Und das ist fast nur schwarz-weiß, super hochwertige Qualität. Ein paar Farbsachen auch drin. Toll! Also, Bilder von Marco, Bilder von anderen Fotografen und auch Bilder von mir. Und da bin ich besonders stolz drauf. Habe ich das schon erwähnt? Egal! Also, mitmachen und Termin vormerken. 15. April, 20 Uhr auf dem Kanal von Tom Meurer. Alles in der Beschreibung. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!